So, und weiter geht's. Jetzt im Keller der Brotherhood, ganz tief unter der Erde. So, und weiter geht's. Das ist also schön. Der sieht ziemlich tot aus. Das da ist Kuglux-Klan. Das da ist Kuglux. Dann rußen wir sie halt um. 61. 62. Hmm. Nochmal, nochmal. 2. Weg. Aua. Und einmal nachladen. Oder? Ist da noch ein Schuss? Da ist Munition drin. Da hab ich nicht gerade... Okay. Ferragug! Oha. Weg. So. Okay. Jetzt muss ich ja weiter durchklicken, oder was? Einmal Heilung für die Dame. Einmal Heilung für die Dame. Und einmal Heilung für den Herrn. Oder kann ich das jetzt nochmal machen? Nein. Nein. Malforce history. Eine Menge standardized weiteres. Bist die Dame dafür hier weiter... strawk Das ist so ein bisschen nervig, dass er nicht wieder zurück wechselt. Hier ist nichts. Auch gut, dass man hier nicht nachgucken kann, was das überhaupt ist. Da ist nichts. Achso, ich habe Karma wieder bekommen. Dann kann ich jetzt mal die Hitpoints noch ausbauen. So, bevor ich da jetzt reinlaufe, mache ich hier erstmal Verstärkung. Was ist das? 95% first was tut und wer put und Mist und normal kaputt silky so bevor ich dahin gehe was ist überhaupt mein Auftrag bevor ich dahin gehe mache ich jetzt erstmal hier unten weiter ne vielleicht nicht das sieht nach Ende aus also scheint das das Nebenziel zu sein da oben oder auch nicht durch die auch dass die oh da ich aus das Okay. 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 Na. Nicht nachgeladen. Okay. Okay. Come on. Okay. Sehr gut. Alle. Okay. Schein. Aua. Out of ammo. Scheiße. Geht noch einer? Ah, sehr schön. Okay. Minus 1 AP. Neben. Nochmal minus 1 AP. Eilung. Und einen Schuss für das Vieh. Gesessen. Und ist weg. Oh. 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 Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da rauskommen soll. Er ist immun. Dann werde ich jetzt wohl veränden. Revived. Okay. Okay. Naja gut, die nächste Runde wird er ja halt nicht überleben. Okay. 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 Jetzt sind es zu viele. Ich werde erstmal wieder entdecken. Okay. 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 Genau wie ich vielleicht. Okay. Mal eins. Mal zwei. Na die hat diese Reduzierung nicht. Das heißt ich muss ja schnell vorgehen. Okay. So, putz. Dann ist die Runde vorbei. Plus 3 HP, das weiße, ist nicht so. Das ist nicht so ein Ding. Die Abgehreduzierung ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann. Ich kann mir jetzt selber den Buff geben. Neben, sehr gut. Hier scheint nichts zu sein. Ich muss aber natürlich. Okay, 2, 4. Dann kriege ich den mal hier hin. Einmal musst du auf jeden Fall noch angreifen. Back mit dir. Erlebt noch. Charging. Okay. 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 Ne. Okay. Na, komm schon. Charging mit 2. 100 ist natürlich jetzt den Plan noch 2 mal mit so einer Chance zu treffen, etwas unwahrscheinlich. Mist, scheiße, komm schon. Weg. Und nochmal. Ne. Okay. Alle. So, jetzt hat die natürlich auch nicht mehr so viele AP um die noch weiter abzuwehren. Hm, jetzt trifft er noch nicht mal. Kaputt. Und da dran. Okay. 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 So, jetzt muss die wieder zurück. Okay. 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 Jetzt paralysiert. So, naja paralysiert. Okay. 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 So, die Exit Doors sind jetzt offen. Es war allerdings noch interessant zu wissen, was hier ist, dann hänge ich die jetzt einfach ein. Fünf. Einmal ein. 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 Jetzt guck ich erstmal hier. Da hin. Und da. Ähm. So, jetzt kann ich die hoffentlich sehen. Ne. Scheiße. Ich finde das 2 AP sehr gut. Jetzt kann ich mit dem direkt drüber laufen. Okay, das ist dasselbe. Dann hätte ich da bloß mit 2 Leuten gleichzeitig reingekonzt, theoretisch. Die Türen hier unten hätte ich früher reingemusst. Das war auch wieder dämlich. Da habe ich das eine verspielt. Da habe ich noch einen Ratsch. Dann hätte ich dann auch noch einen Ratsch. Dann hätte ich noch einen Ratsch. Und dann hätte ich noch einen Ratsch. Dann hätte ich mich noch einen Ratsch. Ja, ich würde dann eben... Untertitelung des ZDF, 2020 So 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 Dann mache ich hier wieder einen Schnitt Und dann geht es auch schon weiter Continue So 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 also hier find johnny in the safe house so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Bobby Ich kann dir aber hier Sachen verkaufen Ich kann dir auch hier Sachen verkaufen Ich kann dir auch hier Sachen verkaufen Ich kann dir auch hier Sachen verkaufen Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann nochmal runter 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 Irgendwas Neues, Vision Magnification Eyes Gut, dann nochmal runter Guck ich erstmal bei den anderen vorbei Na gut, damit bin ich ja soweit ausgerüstet 2000, verkauft 2000, verkauft Und dann halt die zurückhaben Und dann schon Ja, ich glaube, dann bleibe ich bei dem, was ich anhab Na, ich tausche mal ausgegen Ich werde das hier einfach mal kaufen Jetzt sehe ich wieder so aus wie am Anfang Na ja, fast Ja, ich lebe auf die dritte Genau, ich lebe auf die dritte Das war's für heute. FUSION Nicht schlecht Oh man aber Spellcasting 6 Das ist ein bisschen viel Das ist auch hart Spellcasting 6 13 habe ich Ja gut was kaufen wir denn da mit Dodge wäre jetzt noch eine Option Wachen wir das mal Achso und Ah ne die hatte ich schon nachgezogen Ok Mh Was waren das denn Wann noch für Hasenspells Oder Conjuring was haben wir denn hier Das war Conjuring 4 Ok und das sind 6 Das ist zu viel So viel kriege ich da nicht rein Conjuring 4 wäre aber auf jeden Fall machbar Das haben wir mal 5, 5, 4 Shadow, create a shadow zone Das kann ich nicht auf die Target Das nochmal haste Das nochmal haste Ah das ist AP Bei 2 for 3 rounds Na das sei auch krank Haste 4 Stehe Achso 3 AP Ok Conjuring 4 ist aber drin Conjuring 4 ist aber drin Ok Ich werde jetzt nochmal 8 Punkte kosten Und jetzt habe ich Conjuring 3 Und jetzt habe ich Conjuring 3 Ok Dann nehme ich halt erstmal den 3er Und dann taue ich ihn später nochmal aus Dann nehme ich halt erstmal den 3er Wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn ich das alte Gewehr noch behalten hätte, um einfach zwei aufgeladene Gewehre mit mir umzuteilen. So, dann kann ich hier das wieder verkaufen. Dann werde ich meine Augen mal überschreiben. Wollen wir ein paar neue Beine kaufen. Das war's für mich. ... So, So, wie wird das jetzt eigentlich angezeigt mit der Quickness? Quickness 11. Okay, die werden halt nur so gepustet, was das jetzt da bringt, keine Ahnung. Okay. Foyote kostet auch. Aber ganz alleine werde ich das nicht schaffen, da bin ich mir recht sicher. Gibt es vielleicht irgendeinen Schamanen oder so da ein, der uns ein bisschen verstärken kann, sondern der jetzt nicht mehr im Karn. Hm, im Intro hatte man doch auch, also mit diesem Anfangs-Dings hatte man doch auch nen Typ, der so nen AOE hier hatte. War das nicht ein Schamane? Nein, schon. Ah, die Magier sind zu teuer. Hm, nicht so gut. Ich verkauf noch was und dann nehm ich nen Magier mit. So, weg damit. Magier hat keine Heilung. Die Antenheilung. Ja, klingt gut. Ich kauf. Ich. Und los geht's. Corporate Extraction. Hm. Hm. Okay. Jo. Äh. Game Autosaved. Dann werde ich an der Stelle auch wieder nen Schnitten machen. Die sind schmerz.